Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie ihr ganz einfach in Paypal eure Telefonnummer ändern könnt beziehungsweise auch dann hier gleich verifizieren könnt. Okay, das Ganze ist relativ einfach, ihr müsst dafür einfach nur kurz meine Schritte befolgen und zwar gehen wir hier oben einmal auf die Einstellung. Ich werde jetzt hier ganz kurz etwas zensieren, weil da noch persönliche Daten sind, meine Adresse und die soll natürlich nicht gezeigt werden. Aber auf jeden Fall haben wir hier einmal unsere Handynummer und da können wir jetzt ganz einfach auf Ändern drücken beziehungsweise eine weitere Handy-Telefonnummer hinzufügen. Danach müsst ihr dann natürlich einfach nur diese Schritte befolgen, die euch Paypal angibt. Da müsst ihr dann im Prinzip selber durch. Aber ich denke mal, das sollte jeder hinbekommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich werde euch kurz schnell Bescheid geben, wo man die Handynummer ändern kann beziehungsweise auch verifizieren kann. Ich würde sagen, das war es jetzt von mir. Haut rein und ciao. Sehr, sehr gerne übrigens noch ein Like und natürlich auch ein Abo da lassen.